Jeder Paar... Jeder nimmt diese komische Skelette. Das ist ja unglaublich. Er rollt's mal gleich die Zeichennägel zusammen. Das ist 17. So, ich hab mich mal in die Werkstatt. Was haben wir hier gefunden? Oh, das ist aber... ...vielleicht gar nicht so verkehrt. Wir nehmen mal... ...Hacken... ...Pfeil... Oh, ich hab Augenhackebeil. Da ist ne Armbrüste. Dann mal hier... Was ist hier? Ne Pistole. Ja, vielleicht ne Pistole. Eine Brust, viele Brüste. Da ist ne Kiste bei mir. Revolver, okay. Oh, nehm ich auch. Ich nehm... ...jede Waffe, die ich finden kann. Ah, hier hat Ash seine Kettensäge. Schon mal markiert. Revolver... ...ja, das ist besser als meine Pistole eigentlich. Ein Speer, ne? Eher weniger. Ja, das ist mir. Außer du willst ein bisschen hier einen auf 300 machen. Das ist doch schwer ganz cool. Nein. Ehrlich gesagt, kein Bock hier irgendwas nachzumachen. Das ist brutales Leben mit Dämonen und so. Ich hab keine Zeit da jetzt da... ...spielen. ...zu spielen, genau. Ach, dann nehm ich den Revolver mit. So. Oh, ne Schotty. Ich glaub ich nehm die Schotty. Äh, was haben wir hier noch? Amulett. Oh, da oben ist schon die Karte drin in dem Haus, geil. Geil, oh. Ich hab... ...meine Kette. Ich hab... ...meine Kettensäge. Ne Spitzhacke, besser. Ah, ich mach hier mal die Kiste. Geil hoch. Drei Hölzer hab ich mehr als genug. Ne Axt. Don't stop me now. Don't stop me now. But then it's a good time. Oh mein Gott. Wir sind so unglaublich. Wir werden auch so tolle Karaoke-Sänger, ne? Die Hälfte vom Text wird... ...ne ne 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 ne... Genau. Wir stritten da wieder ein Wort. Lass mal verstehen. So wird's. So wird's. ...hineinladen. Ich hab keine Cola. Das ist ein bisschen ultrimies. Ich hab nur eine gerade im Moment. Oh, das ist meine Standard-Cola, die ich von Anfang an hab. Mit Pablo. Aha. Munition hier. Gott. Wir fliegen Müllsäcke durch die Gegend. Auffällig. Ich hör was. Wollen wir weiter, Jungs? Mädels? Ja, ja, von mir aus. Machen wir. Warte, jetzt. Bist du im Auto? Ah, ich werd verfolgt. Hilfe! Wir drehen, los. Go, 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 go. Nein. Ich wollte einen Plutsch, wo ich nicht durchkomme. Alter, ich muss zu ihm laufen, ne Männchen. Achtung, glaubt ne Männchen. Aber, das Auto lässt sich immer noch besser steuern wie ein Friday, ne? Ja. Findest? Von, ja. Da ist ne Kiste, Burschen. Ich hör's. Wo? Da wo ich bin. Da wo mein Haus steht. Mein Name ist. Schauen wir mal ein bisschen was auf Gesundheit auch, damit wir ein bisschen was einsteigen können hier. Die Karte haben wir schon. Jo. Ey, für den Cola würde ich jetzt wieder blowen. Ja, hier ist schon die Toilette dafür, Zocki. Für ihn mal Cola. Ey, ich hab kaum Muni und keinen Cola. Das ist ja unerhört. Da ist der Cola, aber die nimmt jetzt wieder der Ash. Scheiße, Ash. Lass doch mal einen anderen den Cola nehmen. Alles gut, dann soll er mich auch retten. Genau, Ash. Du musst jetzt retten. Warte mal, schau jetzt schnell hier hoch. Vielleicht finde ich eine für dich. Ja, also nicht so tragisch. Dann muss ich halt gerettet werden. Was willst du machen? Langsam klingt das so, als möchtest du das. Ich möchte angetatscht werden. Oh Gott. Dann verschieße ich eigentlich mal ein bisschen Munition jetzt schon. Mhm. Wirklich intelligent. Ja, die Müllsäcke fliegen. Ja, Railroad. Oh fuck, ich wollte grad schauen, wo wir hin müssen. Oh, hinter dir ist der Spieler. Kein Problem. Ja doch, er weiß, dass ich keine Cola hab. So, weg ist er. So, warte mal. Wo muss man hin? Royal irgendwas. Royal Oak Freedhof hier unten. Das ist grad nicht so weit weg. Okay. Wieso steckt ihr denn das kaputte Auto? Wenn wir ein schönes Auto hätten, aber okay. Aber okay, ich sag nichts mehr. Hab nichts gesagt. Hab ich irgendwas gesagt? Nein, ich glaub nicht. Immer erstes Gebrauchte kaputt machen. Neu ist immer besser. Hey, das letzte Kartenstück schon. Ja. Ich sag ja, diesmal haben wir gefühlt ein schwächeres Kipi davor. Aber kommen viel schneller voran. Weil der uns auch nicht dauernd gelagert durchgehen. Mhm, das ist richtig. Aber wie gesagt, Cola würde ich feiern. Also... Ach, Schwert. Ja, scheiße. Hier ist ein Schwert. Gönnt's euch. Ah! Ich bleib bei meiner Axt. Ja, ich auch. Irgendwie so. Oh, hier war ne Küste. Ich seh ne, es ist einfach so finster hier. Hast du immer noch nicht umgestellt? Doch, ich hab's eigentlich schon heller gestellt. Nein! Äh... Also, ich hab hier Amulette gelegt, auszusehen. Wenn jemand drauf. Mh, er schaut, dass du keine Cola trocken kannst. Nee. Das kann nur diese Andy, glaub ich. Wenn die Cola trinkt, dann heilst du die anderen. Irgendwie sowas. Oder Munition. Für meine Schotte wäre auch trash, also... Ich glaub das Problem ist, dass alle ne Schotte haben. Aber auf dem Weg finden wir bestimmt was. Oh, erschreckt mich. Das heißt, der will dich. Deswegen mach ich mir da unten mein kleines Feuerlein. Ich komm mit, Pablo Escobano. Ich beschütz dich, ich beschütz dich! Hey! Ist noch ein Amulett gejobbt. Au! Hinter mir! Haha, ich beschütz dich und ich geier das Amulett jetzt. Oh, da ist er! Da ist er! Er ist hier! Den da hinten, ja. Er hat's auf den Eingang gesehen. Er verlässt den Körper. Der Körper bereits wieder. Aber wir sollten uns so langsam auf den Weg machen. Nur langsam. Das Schwert liegt übrigens immer noch da. Ja, ich will's nicht. Ich ne bleib bei meinen Axt. Ich auch. Ich könnte dich ja schon längst wieder leveln hier. Komm aber nicht dazu. Ja, geh mal. Komm, geh mal. Wo gehen wir hin? Warte mal. Der Dolch ist wie wat? Der Dolch ist näher, glaub ich. Ja, ist näher. Äh, Schildangst. Ich glaub, ich muss bei ihm alles echt in den Nahkampf kloppen. Auch der hat gar nicht so viel Nahkampf. Naja, ich mag nur Charaktere spielen, die auch richtig viel Nahkampf rein investieren kannst. Was? Weil Nahkampf ist das absolut wichtigste hier. Das stimmt aber. Das ist eher allgemein nicht so stark, weil meiner halt, der für Amulett und sowas zuständig ist. Na, da ist ne Zauberfutze. Hey! Zauberfutze! Zauberfutze! Ich hab einen cooler! Ja, Mann! Aber ich hab kaum Muni, Alter. Ich find... Amulett hab ich gefunden. Ich find... Ähm... Ich seh nix. Ich seh nix. Wer haut man dann heranz? Wir haben schon den Dagger? Was? Hä? Ach, der hat schon gestartet dahin schon allein. Oh, jetzt braucht der auch noch Hilfe. Worum startet der denn schon? Auf in die Danger Zone! Los, Little Princess! Das Mal hier! Oh, ich bin safe, letzter Platz dann. Ach, Quatsch. Ach komm, ich mach gar nix. Oh, er ist da. Er ist hier, er ist hier, er ist hier. Ja, aber nur mit dem Kleinen. Uupsi! Aha! Er hat sich hier durch den Pons gespawnt. Der entdecken. Oh, da ist er! Wieder einen Schlag übernommen. Ja, genau. Ja, genau. Aber wenn alle draufkloppen, hat der Nullschank. Ich glaub, siehst du eh was? Auch jemand Amuletten, oder? Na, Amulette ist gut, eigentlich. Könnt man da welche trocken nehmen. Amulette hab ich voll. Ah, ich troff einfach mal hier, so. So Leute, da, zack, bitte. Nehmen, wer will. Munition wäre echt, na, ist irgendwie. Wenn's dann drauf ankommt, weißt du? Ja, schade, dass es keine Munitionsformer gibt, ne? Oh, ne gute Schaufel, aber. Gute Schaufel. Eine der besten. Ja, ich glaub ich nicht. Wir haben sie! Ja. Ja, gut. Ist hier nicht irgendwo ein Auto? Stehen wir nicht auf dem Auto? Oh ja, hier, Mac. Ich brauch'n Cola, ich hab meins grad getrunken. Gleich kommen wir noch irgendwo vorbei. Das wär fett. Glaubst du, hier komm ich nicht durch. Ich hab' Munition, gar nix, Alter. Das ist unglaublich. Fahr ich denn am besten? Ich komm, ich fahr komplett falsch, merk' ich grade. Ah, hier. Na, so passt schon. Nein, ich bin eins zu früh. Moment. Leute, sorry. Nicht aussteigen. Da ist die Hauptstraße, ich hab'se. Oh, durch die Bleiplanke geht's nicht. Gott, die müssen sich ja trinken, wie fährt denn der? Das Auto ist ziemlich lahm. Ist es auch, ja. Da wären noch mal Hütten Hier, sollen wir mal hier Nein, nein, nein. Hol mal den Scheiß jetzt Der hat den Pflüttenspieler vorne gespawnt Wo vorne? Bei dem Ding, was wir brauchen Dann überfahren wir den noch dances Spinn Hal Styles für das von einem Bruder Oh, der Typ ist da! ist nicht gut doch Karrn er hat das Auto in Besitz genommen macht aber nichts aber schon aktiviert wenigstens ja ja der ist mit dem Auto noch schlechter wie der äh siehst du eigentlich dann noch was oder ich hau nur drauf das ist die beste Taktik in dem Game du brauchst auch wenn so viele sie gar nicht Fs machen weil schon längst ein anderer den Finisher angesetzt wird ja ja es war auch toll ich drück von ihm mal 11 aber es passiert einfach nix ich weiß jetzt glaube ich auch wer die großen Viecher sind die wir am Schluss immer besuchen müssen und zwar eine davon was Ruby ist einer das sind die Schreiber des Buches das sind die die das Buch geschrieben haben weil die werden auch in der Serie mit zum Kapuzen und sowas dargestellt so verschieße ich eigentlich mal ne bisschen Munition irgendwie nicht intelligent aber er hat wieder an jetzt gleich wieder weg wir haben es gleich das Buch also die Seite was auch immer ist gleich ist gleich gut da hat er schon wieder an oh ich brauche jetzt auch mal die Cola das ist schon wieder ein Flötenspieler oder? oh er schreckt mir nicht Hilfe aha er hat mich übernommen fuck Leute wo bist du? du bist du? nein er hat mich er hat mich der ist aber schnell aus wieder raus oh das ist mir was oh das ist mir geiler Axt ja genau die können durch 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 das meine noch amolett kannst du droppen wenn du kannst sag ich warte mal ich mach's mit dir in der Nähe boah die Viecher sind 600 Meter weiß in der Auto steigen wir ins Auto und gehen los ja das Auto liegt aber auf dem Kopf oh hoppala wir brauchen das da unten dann the chosen one die nehmen noch Munition oder irgendwas? oh das wäre fein also Moni oder so oder ne Cola? das wäre auch ja gut warte ich glaube ich nehme mal scheiß auf den oh die habe ich aber auch kaum Moni oder shady oder? oh Leute davor wäre das Auto oh this is that oh das ist das ich hab's halt auch mal die Taschenlampe anmachen wenn ich nur rein geh' dann sehe ich auch was ah der ist schon wieder um uns herum hier ja dann fahr mal oder? ja ich bin grad zum Auto gekommen Oho, da bin ich aber jetzt noch ganz knapp eingestiegen. So ist der andere da? Okay. Oh, die rote... Weil siehst du, es zieht sich jetzt auch so eine rote Linie a la PUBG um uns rum. Wenn du in die reinkommst, verlierst du nämlich Leben. Okay. Mir hat schon nämlich mal passiert, da sind wir auf einmal gestorben und wussten nicht wieso. Ich häng ja fest! Die Zone-Combats! Ich bin so froh, wenn ich immer mal eine Straße gefunden habe, die in die richtige Richtung führt. Hehe. Äh... Komm ich da durch? Easy. Naja, schaut zwar nicht so easy aus, wäre ja easy. Hahaha. Es war leichter, wie es aussah. So, gleich sind wir da. Naja, uns wird die ganz schnell weg und alles ist gut. Brauchen wir noch mal ein Feuer davor? Da vorne ist eins. Okay, ich häng eh fest. Oder? Ne, doch nicht. Vorne ist ein Feuer. Warte, ich glaub, das nehmen wir noch mit. Was? Mach's an! Mach's an! Bici! So, ich hätt' gesagt, mit Scherteln da jetzt zu den Typen hin einfach, oder? Jo. Scheiß auf die ganzen Fies-Kinder. Müssen wir ganz schnell weg machen. Ahaha, mir hat's erwischt. Irgendwie, die Strahlen hat irgendwas ein bisschen was von Ghostbusters. Mhm. Nicht die Strahle kreuzen! Oh, der Big Boss ist hier. Persönlich, persönlich. Wir müssen zusammen den machen. Ah, ich krieg grad gut auf die Fresse, ich brauch mal ein Amulett hier. Ich hör' ihn, aber ich seh' nicht. Ja, das ist wurscht dabei, glaub' ich. Erst wenn er auf uns losgeht. Wir müssen doch mal die Viecher hier weg machen. Oh, einer liegt schon abwohlen und verblutet. Echt jetzt? Scheiße. Warte, ich mach' den schnell weg, den Ticken. Der Big Boss ist bei mir! Heißer, wo bist du? Ich bin, komm' zu euch. Also, es muss er gewesen sein. Oh, ich glaub', ich hab' dir einen ausgeholfen. Gut. Ja, er ist da, er ist bei mir, er ist bei mir. Jetzt brauche ich eure Hilfe. Jetzt ist er bei mir, jetzt ist er bei mir! Wo, wo, wo ist er bei mir? Da. Nein, ich bin tot. Scheiße, aber ich bin auch gleich. Ich bin auch gleich. Hat nix mehr. Er hat ein übernommen. Er hat übernommen. Oh, ich bin tot. Scheiße. Ah, es ist scheiße, wenn du am Schluss keine Cola mehr hast, gell? Ich hab' fast die ganze Zeit keine Cola gehabt. Die ganze Runde, glaub' ich, nur eine Cola oder so hab' ich gehabt. Es müsste jetzt nur einer durchhalten bis zu ne Minute und dann nur wegrennen. Das war mal meine Taktik. Wo ich dann letzte war. Ich bin einfach nur weggerannt und hab dann die Runde geworfen. Bruder, ja, ich weiß, dass das deine Taktik war, weil ich zu dir gesagt hab, renn weg. Ach ja, das war ja mit uns. Ja, genau. Du bist auch, du bist auch ein Vögelchen. Erzählst du mal Sachen. Wo du eigentlich dabei warst. Aber schau, ich kann die Sachen so erzählen, dass du erst überlegen musst, ob du überhaupt dabei warst. Na, ich musste nicht überlegen. Ich wusste ganz. Aber das wird wohl nix. Der braucht nur noch einen Hit und der ist down. Und der keine Heilung hat. Nee, hat auch nicht. Hä? Scheiße, zu spät geheilt. Ja. Hab jetzt grad auch gedacht, die Animation hat eigentlich schon angefangen, aber... Ah, komm, das wär so safe gewesen. Ja. Ah, wie gesagt, du bist alles andere wie Letzte. Schade. Diese Prise. Ja. 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 Vielen Dank.